Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Worgschaft 3. Ich bin Aram und heute spiele ich ein 2 vs. 2, habe Random gewählt und Undead bekommen. Mein Mate, ein Ork und ich werde ganz normal eine Find Build Order spielen. So, relativ kleine Map. Ist auch eine, die mir gar nicht mal so gut gefällt, weil das wirklich, ja eher eine Rush Map ist. Aber mal schauen, als Undead mit Fiends, da kann man das Spiel ja, ja gestalten wie man will, sag ich mal. Da man sowieso am Anfang etwas länger braucht, um überhaupt erstmal das Creepen zu starten. So. So, nächste Ziggurat. Einen Shop brauchen wir hier ganz vorne hin. So, jetzt ein Ghoul. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Der ist nahezu selbstverständlich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und gleich können wir die erste Fiend in Auftrag geben. So. Natürlich gleich die nächste und es werden auch dauerhaft Fiends bei mir gepumpt. Was war das? Blademaster? Ich hab's gar nicht gesehen jetzt. Na, bauen wir auch mal ein Tor aus. Ja, Blademaster. Nehmen wir gleich einen Dust mit. Damit kann man den Blader ja sichtbar machen. So, und jetzt starten wir das Creepen. Mein Tower ausgebaut. Das geht ja recht schnell. Und jetzt starten wir das fröhliche Creepen. Oh, war das mein Mate? Der da geleckt hat. Euer Befehl. Blader immer noch bei ihm in der Base. Richtiger Nervtöter mal wieder. Bein der Suhl. Für den Lichtkönig. Ich bin die Weltruhe. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Bein der Suhl. Ihr habt gerufen. So, Reif des Adels und Stufe 2 erreicht. Und ab in den Tag. Meine Wache gehört euch. Meine Geduld ist erschöpft. Spürt meinen Sohn. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Meine Wache gehört euch. Meine Geduld ist erschöpft. Ich gehe nochmal einen etwas schwierigeren Creep an. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Ich bin die Dunkelheit. Ihr habt gerufen. Ich bin die Dunkelheit. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Meine Geduld ist erschöpft. Ah, Blader Nefft doch ganz schön. Jetzt muss ich mal kurz zurück in meine Base. Wo soll mein Blut? Man will da Schatten verkaufen. Ich gehorche mit Freude. Meine Gapel gehört euch. Für den Lichtkönig. Ein paar neue Skelett-Zauberstäbe. Ihr habt gerufen. Und weitercreepen. Jetzt bewege ich mich mal hier runter zu der Mine. Die Creepsports hier hinten bei uns. Die können wir nachher noch machen. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Boah, ist der nervig. Wie ihr befehlt. Bei der Sohle. Für den Lichtkönig. So, Level up. Meine Geduld ist erschöpft. Reiten oder sterben. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Meine Rache gehört euch. Vorwärts. Ich bin die Dunkelheit. Knochenglocke der Geißel. Auf in den Kopf. Endlich. Meine Rache gehört euch. Ausbau abgeschlossen. So, jetzt natürlich deinen zweiten Helden. Die Geduld ist erschöpft. Forschung abgeschlossen. Ihr habt gerufen. Und weiter auf Tier 3. Oh, flirte der Genauigkeit. Die Potom-Aura. Wollen wir natürlich auf jeden Fall haben. Und nächste Level up. Meine Rache gehört euch. Wie ihr befehlt. Auf in den Kopf. So. Jetzt machen wir hier den Shop frei. Der ist frei. Okay. Okay. So, dann sieht das doch schon ganz gut aus bis jetzt. Das ist bestimmt nur eine Illusion, ne? Nein, war eine echte. Oh, eine foliante Beweglichkeit. Ich bin auf Nersul vereidigt. Ich bin die Dunkelheit. Endlich. So, dann gehen wir mal gucken. Eine Mine hat er nicht. Endlich. Leitet mich. Ihr habt gerufen. Mein Leben für Nersul. Mein Schicksal ist angegriffen. Ihr habt gerufen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Na komm, ich gehe seine Base mal ein bisschen safen. Ausbau abgeschlossen. Nicht genügend abgeschlossen. Ihr habt gerufen. Ah, ich komme mit der Coil nicht ran. Der Zwingchmarner. Nein. Ich zerschmettere euch. Ah, Porteter. Ich bin die Dunkelheit. Hey, ja. Ich wünsche nur zu dienen. Ja, Meister. Ihr habt gerufen. So. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich bin nicht den Kurs. Rechter Schutzzauber. Meine Rache gehört euch. Wie ihr befehlt. Euer Befehl. Ach, ein Tappen. Oh, das nennt man natürlich mal ein Das Knight. Ich bin die Dunkelheit. So, eine Statue hau ich gleich mal raus. Meine Rache gehört euch. Endlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Mal schnell runter. Ich hab keinen TP. Die verdammten Stehenbereiche verlangen weiter. Ich beuge mich eurem Willen. Meine Geduld ist der Schatz. Meine Schuld. Ich bin nicht unbekannt. Ich bin nicht unbekannt. Ich bin nicht unbekannt. Ich bin nicht unbekannt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Okay, der ist rausgeportet. Komm schon, die Statue zerstören. So, und hier hole ich mir jetzt eine Echse. So, jetzt folgen wir ihn mal. Wie, dort kannst du nicht beschwören, Beschwörer. So, nochmal vier in die Mine. Oh, warte. So, voller Hero-Fokus. Oh, wen haben wir denn da? Oh, der wird gleich wieder runtergewappt. Der war mit seinem Teammate wieder nicht einverstanden. Ah, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, zieht euch auch das nächste rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram.